Heute geht es gar nicht gegen Cthulhu, aber dazu kommen wir gleich. Also wir spielen gegen das Brett, wir spielen gegen einen großen Alten und gegen die Mechanismen und gegen kosmischen Horror. Und es gibt viele Möglichkeiten zu verlieren. So haben wir einmal hier oben die Unheilspunkte und die werden runtergezählt. Und es gibt eine Menge Gründe, aus denen dieser Marker hier weitergeschoben wird. Wir starten diesmal bei 16. Für jeden großen Alten oder jede andere Bedrohung gibt es da einen unterschiedlichen Wert. Und wenn der bei 0 ist, dann passiert was, das auch jeweils davon abhängt, gegen welches Monster oder welche Bedrohung wir spielen. Es gibt zum Beispiel, ich glaube bei Azathoth ist es so, wenn du bei 0 bist, ist das Spiel vorbei. Aber bei den anderen ist es so, dass dann deren Karte umgedreht wird und dann passieren noch schlimmere Dinge. Und eigentlich ist das Spiel dann auch vorbei. Es ist nur noch so eine Gnadenfrist, wo man zappelt und versucht irgendwie noch zu überleben. Oh, mit 16 starten wir aber sogar ziemlich weit hinten. Ja, aber wir müssen auch vier Mysterien aufklären und nicht nur drei. Das ist härter. So, das ist also eine Methode zu verlieren, wenn wir sozusagen hier alle Punkte verloren haben und dann das Nachspiel auch noch verlieren, das dann bestimmte Bedingungen hat. Dann können wir verlieren, wenn dieser Stapel hier aufgebraucht ist. Das ist der Mythos-Stapel. Jede Runde wird eine von diesen Karten aufgedeckt und dann bestimmte Dinge, die darauf stehen, abgehandelt. Meistens schlimme Dinge. Und wenn die alle abgelaufen sind, ist auch unsere Zeit abgelaufen. Ihr seht aber, es ist ein relativ ordentlicher Stapel. Aber wenn man dann so bei den letzten drei Karten angekommen ist, gerät man langsam in Panik. So, das sind die beiden Hauptwege zu verlieren. Aber es gibt eine Menge Dinge, die dazu beitragen, dass dieser Marker halt sich weiter bewegt. Wenn einer von unseren Charakteren stirbt. Der Spieler ist ja nicht raus aus dem Spiel, er übernimmt den nächsten Charakter, aber dann wird er weitergerückt. Wir haben hier so einen Quirr mit Vorzeichenmarkern, mit einem grünen Kometen, mit blauen Sternen und mit einer roten Sonne. Der wird jede Runde weiter geschoben. Und es öffnen sich auch nach einem anderen Mechanismus Tore überall in der Welt, die in andere Zeiten und andere Welten führen und aus denen Monster kommen. Und immer wenn also ein Vorzeichen angewählt wird und ein Tor mit diesem Vorzeichen ist offen, hier im anderen Symbol. Zum Beispiel haben wir hier ein blaues Tor in Buenos Aires. Wenn der Vorzeichenmarker sich also weiter bewegt, haben wir ein blaues Tor. Aber dann bewegt sich auch der Marker da oben weiter und das Verderben nimmt seinen Lauf. Und alles weitere, welchen Effekt es noch alles gibt, damit wir verlieren können, werden wir noch im Spiel erörtern. Jeder von uns hat sich jetzt schon einen Charakter rausgesucht und versucht halbwegs, wie diese Person auszusehen zumindest. Wir werden dann wild uns umziehen und Sachen wechseln müssen, wenn wir sterben. Und vermutlich wird mindestens einer von uns starben. Wir können auch Wetten abschließen, wer. Und Steff spielt? Ich spiele Wilson Richards, der Mann für alle Fälle. Wilson ist Pragmatiker. Er geht dorthin, wo es Arbeit gibt und zieht weiter, wenn es keine mehr gibt. Nach Wilsons Erfahrung werden ehrliche Leute auch ehrlich behandelt. Aber seit er den Job zur Restaurierung der Kirche in Arkham angenommen hat, fällt es ihm zusehends schwerer, ehrlich zu sich selbst zu sein. Des Nachts werden Menschen aus ihren Betten gerissen. Wesen, die in den tiefsten Abgründen der Erde entstammten, kriechen an die Oberfläche. Er kann das Erlebte nicht ungeschehen machen, aber er kann versuchen, das Problem zu lösen. Das ist, also, ihr merkt schon, Eldred Horror ist für ein Brettspiel, es sieht ja aus wie ein klassisches Brettspiel, sehr, sehr erzählerisch. Deswegen machen wir das hier ja auch. Und Julia spielt Jacqueline Fine. Oder Jacqueline? Jacqueline? Ich glaube, sie startet in den USA. Ich glaube, sie ist eine Jacqueline. Jacqueline Fine. Da haben wir auch so eine schöne Geschichte hinten drauf. Zuerst waren Jacquelines Träume von Feuer und Zerstörung wie ein Fluch für sie. Sie sah Monster auf den Straßen der Städte Amok laufen und beobachtete, wie eine große Finsternis über dem Horizont hereinbrach. Erst kürzlich lernte sie, ihre Visionen zu kontrollieren und die Ereignisse im Detail zu studieren. Gestern fuhr sie von Boston nach Minneapolis, um eine verlassene Lagerhalle zu inspizieren, die sie in ihren Träumen gesehen hatte. Darin fand sie die Spuren eines schrecklichen Kultes, der dort unaussprechliche Rituale abgehalten hatte. Jacqueline hofft, die Erkenntnisse nutzen zu können, um zu verhindern, dass ihre Albträume jemals Wirklichkeit werden. Du spielst das Medium? Oh. Genau. Meine Visionen sind nur eine Warnung. Die Zukunft ist im Wandel. Genau. Und ich spiele Lily Chen, die Kampfsportlerin. Ich starte in Shanghai. Lily spricht nur selten und wenn sie es tut, sind ihre Worte sorgsam, gewählt und weise. Also nicht ganz ich. Ihr ganzes Leben hat sie sich in Disziplin geübt. Jede ihrer Bewegungen ist geschmeidigt und ohne den Hauch von Zögern. Als Säugling kam sie in das Kloster eines obskuren Mönchsordens, da man glaubte, sie sei auserwählt, um gegen die Finsternis zu kämpfen. Jetzt, da die Dunkelheit heraufzieht, haben die Mönche sie nach Shanghai geschickt, wo sich ihr Schicksal erfüllen soll. Auf der Rückseite ist dann auch noch eine Angabe, mit welchen Sachen man startet. Ich habe zum Beispiel ein Schutzamulett und eine Hasenfote dabei. Die haben jeweils einen Effekt, der mir hilft im Kampf oder generell. Ich darf zum Beispiel Würfelwürfel wiederholen. Du hast einen Zauber. Du kannst verhindern, dass wir Schaden nehmen. Und Stefan eine Wache. Ich habe keine Donnerbüchse. Ihr habt mir eine Donnerbüchse versprochen. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Da ist ein normales. Wir können ja einfach irgendeine Donnerbüchse geben. Da. Ja, finde ich gut. Wir haben ja gesagt, es gibt hier Props. Ach, die Windschwester geht auch. Die Windschwester geht auch. Die ist nicht echt, möchte ich betonen. Ja, und wir sind hier auch in unserem eigenen Zimmer. Wir dürfen das. Und es gibt hinten auch noch zwei Texte, die wir uns nicht durchlesen sollten. Denn wenn unser Charakter stirbt, wird halt eben markiert, ob wir gestorben sind, weil wir wirklich verblutet sind sozusagen, vom Monster gefressen wurden oder sonst etwas. Oder ob wir wahnsinnig geworden sind. Wir haben nämlich zwei Werte. Wie sich für ein Spiel, das sich um den Katsuno-Mythos dreht, gibt es nämlich auch geistige Gesundheit. Und die verlieren wir, wenn wir uns den Unaussprechlichen stellen. Genau, das wird mit kleinen blauen Hirnen dargestellt. Ich glaube, da war, was ihr eben gesehen habt, war, glaube ich, Nikos Hand im Bild. Falls man sie gesehen hat. Ja, ich glaube, das kann sein. So, und dann haben wir haufenweise hier Stapel und Marker. Wir haben hier eine, ich traue mich gar nicht, das zu bewegen, wir haben hier eine Box. Das ist so eine schicke, aus Holz rausgelaserte Box von E-Raptor. Und bei den meisten Spielen reicht die, um seine Kartenstapel unterzubringen. Aber wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Stapel, aus denen man regelmäßig ziehen muss, um Begegnungen abzuhalten. Dann haben wir die Karte für das Übel, den wir uns diesmal stehlen, nämlich das Erwachen, die Invasion der älteren Wesen, die vom dunklen Gott aus der Antarktis herausgetrieben werden. Da sind auch halt eben besondere Angaben dabei, zum Beispiel, wenn wir eine andere Weltenbegegnung abhandeln. Wenn wir in so ein Tor gehen, wir müssen die nämlich schließen, logischerweise, um zu verhindern, dass hier dieser Balken kleiner wird. Dann geht man rein und handelt eine Begegnung ab, das sind andere Weltenbegegnungen. Und jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, können wir beschließen, danach in der Antarktis auf dem Plateau von Leng aufzutauchen. Das heißt, alle Ausgänge aus anderen Zeiten und Welten enden in diesem Ende der Antarktis. Das ist relativ praktisch, weil wir regelmäßig da Dinge erledigen müssen. Das heißt, wir können einfach irgendwo hier in der Welt auf ein Tor gehen und ploppen dann da wieder raus. Und ansonsten müssen wir um der Hinze gehen in die Antarktis gehen und dann können wir jede Runde einmal ohne weitere Kosten sozusagen wechseln zwischen der Antarktis und dem Miskatonic-Stützpunkt. Denn wie man vielleicht weiß, beginnt ja der ganze Ärger mit den Bergen des Wahnsinns, weil die Miskatonic-Universität dort Ausgrabungen durchführen will. Wir müssen vier Mysterien aufklären und dann gewinnen wir das Spiel. Und die Mysterien sind ein weiterer Kartenstapel. Und ich lese mal vor, was wir derzeit lösen müssen. Die Ketten des dunklen Gottes. Überall auf der Welt ist das Gefüge der Realität brüchig geworden. Tore in andere Welten zerreißen den Himmel und über der Antarktis bilden sich pechschwarze Gewitterwolken. Die Ketten des dunklen Gottes drohen zu bersten. Wenn diese Karte ins Spiel kommt, werden alle Tore, die zu Feldern des Antarktis-Nemenspielplans gehören, aus Torstapeln und Ablagestapeln herausgesucht. Anschließend wird der Torstapel gemischt und die herausgesuchten Tore werden in zufälliger Reihenfolge nach oben gelegt. So, das heißt, wir haben hier Tore und die haben auf der Rückseite stehen, wo sie sind. Es ist Rom, Miskatonic-Stützpunkt ist in der Antarktis, Stadt der älteren Wesen auch, London nicht, glaube ich. Genauso wie Tokio, Amazonas, die Pyramiden, Shanghai, Tokuskai, ja. Irgendwann ist das alles Antarktis, Istanbul. Ja, oder was? Ja, genau. Wir bestellen übrigens noch Pizza neben mir. Damit wir nicht verhungern. Gerne Salame oder irgendwas in Barbecue- oder Texas-Richtung. Und du willst eine Margarita? Ja, klar. Mit Mozzarella. Ein bisschen Dekadenz muss sein. Oh, nein. Eine ganze Margarita mit Mozzarella. Krass, das Pferd. So, wir haben jetzt die Antarktis oben aufgelegt. Das heißt, böse Dinge passieren da zuerst. Klar? Ja. Sicher? Ja, sicher. Ja, ich habe heute schon was gegessen in meiner Voraussicht. Wenn ein Ermittler im Zuge einer anderen Weltenbegegnung ein Tor schließt, kann er einen Hinweis ausgeben, um das Tor auf diese Karte zu legen. Wenn am Ende der Mythosphase halb so viele Tore wie Ermittler auf dieser Karte liegen, ist das Mysterium aufgeklärt. Und hier kommen wir an den Punkt, worum ungerade Zahlen unfair sind. Wir müssen nicht zwei. Ah, statt nur einem. Genau so, wie wenn es vier Spieler sind. Exakt. Mist. Also ihr werdet dann auch live mitbekommen, wie die Pizza geliefert wird. Und wir werden dann live vor der Kamera Pizza essen. Und wir werden es einsauen vermutlich, weil die Kamera da ist. Und damit das noch nicht, also das ist ja vielleicht schon genug hier mit den ganzen Schalen und den gleichen, aber es gibt auch noch ein Präludium. Es gibt nämlich mit der Erweiterung auch noch zusätzlich, dass man vor das Spiel beginnt, noch was Zusätzliches sich entscheidet, das durchzuführen. Das können Aufträge sein oder sonst irgendetwas im Rahmen der Präludien. Das ist nochmal eine kleine einleitende Erzählung. Und wir haben diesmal auch noch Hiobs Botschaft aus der Antarktis genommen, weil da auch passend in der Reihenfolge drei Ereignisse aus den Bergen des Wahnsinns abgehandelt werden. Eine Expedition in die Antarktis hat erschreckende Geheimnisse ans Tageslicht gebracht. Nur ein Mann kehrte lebendig zurück und berichtete von einer versunkenen Stadt im eisigen Gebirge. Das meiste von dem, was er sagte, war wirresgeschwätzt. Doch er war eindeutig der Überzeugung, dass ein Grauen in dieser Stadt lauerte, welches das Schicksal der Menschheit besiegeln könnte. Wie sonst überall auch bei dem Spiel. Das meiste von dem, was er sagte, oh, das war, hatten wir schon, es ist immer noch wirresgeschwätzt. Angesichts all der Schrecken, die ihr selbst mit eigenen Augen gesehen habt, schenkt er dem Mann Glauben und bereitet eine Expedition an den Südpol vor. Oh, wir müssen das Monster tobender Schogote in Lakes lagerlegen. Das habe ich doch eben beiseite gelegt. Ne, rasendes älteres Wesen habe ich beiseite gelegt. Hast du es rausgeräumt da in der Schale bei den anderen? Ne, es ist, glaube ich, ein episches Monster. Dann gibt es das nochmal extra. Ja, es gibt auch epische Monster. Etaqua, Doppelgänger, Geflügelte Schlange, Hydra, Tulscha. Die Namen sind super, teilweise Jepp, Kinder des Jepp, Tobender Schogote. Der kommt jetzt in Lakes lager. Das ist hier. Gut. Gut. So. Also wir müssen auf die eine Karte im Zweifelsfall Tore legen, die wir abarbeiten. Okay. Ah, hier steht, wenn gleichzeitig die Invasion der älteren Wesen, der große Alte ist, erscheint nach dem Spielaufbau das... Klein. Kleine Pizza? Ja. Erscheint eine kleine Pizza in Lakes lager. Und ein tobender Schogote. Andernfalls erlegt man nach dem Spielaufbau alle Abenteuer mit Eigenschaft Antarktis beiseite und zieht ein zufälliges Abenteuer mit Eigenschaft Antarktis. Verdammt. Das klingt so, als müsste man die Abenteuer gar nicht machen. Ich will aber die Abenteuer machen. Vielleicht ist der tobende Schogote der Pizzabrote und wütend, weil er kein Trinkgeld kriegt. Haben wir Trinkgeld, Nico? Sonst haben wir ein tobendes Schogoten. Ein Schogoten in unserem Lager. Okay. Bist du Salami und Baconwürfel? Ja. Und Babichersauce? Ja, gern. Salami mit Babichersauce? Klingt gut. Und Baconwürfel? Ja. Salami, Babichersauce, Baconwürfel. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt die Abenteuer spielen, aber offensichtlich sind die gar nicht vorgesehen, wenn man beides macht. Käse ist ja Standardmensch. Ah, dann passt ja. Aber du kannst auch Extrakäse haben. Nein, ich will keinen Extrakäse. Entschuldigung, Mayri. Das Kauen nimmt kein Ende mehr. Kein Abenteuer, aber dafür Extrakäse haben auch kein Extrakäse. Nein, kein Extrakäse. Aber Baconwürfel. Ah, Baconwürfel. Salami und Baconwürfel. Dann fallen wir hier einfach um und geben auf. Also, ihr entscheidet, wie lange wir spielen. Aber, naja, vielleicht sind wir ja auch total schnell durch und haben ja überhaupt keine Probleme. Vor allen Dingen, ohne die Abenteuer sparen wir jetzt jetzt sogar noch etwas, aber dafür haben wir jetzt ein episches Monster, was da drin ist. Nein, nein. Also, unser Ziel, um das Mysterium zu lösen, ist es, Tore zu schließen. Eins ist jetzt direkt schon beim Start des Spiels, die erschienen in Buenos Aires und da ist ein hetzender Schrecken rausgekommen. Das klingt unfreundlich. Ja. Dann gibt es auch noch in der Antarktis eine Expedition. Dafür bist du natürlich der Fachmann. Ach, nee, du bist ja gar nicht der Expeditionsleiter. Du bist der Mann für alle Fälle. Dann bist du auch dafür der Fachmann. Ja, ich bitte dich. Also, das letzte Mal, als wir das gespielt haben, ist der Mann für alle Fälle in Rom umgekommen. Oh. Letztes Mal sind eine Menge Leute gestorben. Ja. Es lag irgendwann das ganze Feld voll mit toten Helden und keiner hat irgendwie mehr was unternehmen können. So. Ich glaube, wir sind so weit, dass wir anfangen können. Sehr gut. Krasses Pferd. Entschuldigung. Dann. Wir bestimmen, wer der Ermittlungsleiter ist. Wer möchte? Soll ich einfach mal anfangen? Dann tanze ich vor und ihr tanzt nach. Ich bin der Ermittlungsleiter. Das heißt aber auch, dass die meiste Scheiße mich trifft, wenn die Mythos-Phase kommt. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, deine Kampf... Meine Lilly Chen, die Kampfkünstlerin, die ist sehr, sehr fit. Die ist ziemlich gut. Vor allen Dingen, sie hat den Vorteil, wenn sie irgendwo einen Wert verbessert, verbessert sie nicht nur an einem Punkt, sondern an zwei Punkte. Und dann wird es relativ schnell krass. Man kann, jetzt kommen nämlich auch noch ein bisschen rollenspielerische Aspekte hier rein, also regeltechnisch rollenspielerische Aspekte. Man hat ja unten nämlich fünf Werte, auf die dann auch gewürfelt wird. Das mit dem Büchlein ist Wissen. Das ist vor allen Dingen für Zaubern wichtig. Das hat natürlich unsere Jacqueline Fine von Julia gespielt, sehr hoch. Die kann gut zaubern. Die sollte also auch an Orte gehen, wo sie Zauber kriegen kann. Moment. In Arkham kannst du einen Zauber bekommen mit Eigenschaft Beschwörung. Und in Bündnis Iris gibt es Zauber mit Eigenschaft Ritual. Einfluss. Darüber bekommt man weitere Ausrüstungen. Da kann man eine Probe ablegen, um hier also weiteren Kram zu bekommen. Derzeit ist, du bist noch der Beste. Ich glaube, mit drei bin ich noch am besten. Beziehungsweise ich habe auch die Sonderfähigkeit, mit einer Aktion kann ich einser einfach so ohne Probe einkassieren zu können. Du kannst dir frisches Obst holen. Ich dachte eher an die Laterne. Die ist ziemlich praktisch. Es gibt eine Menge, also Gegenstände, die man sich holen kann, die häufig werden, die einfach angelegt und die hat man dann als Unterstützung permanent dabei. Aber manche wählen auch nur einmal. Manche sind eine Aktion, die man zusätzlich durchführen kann. Dann gibt es noch Wahrnehmung. Das ist sehr, sehr häufig nötig für bestimmte Proben, um das Mysterium aufzudecken. Das ist auch ganz gut. Genau. Stärke ist, um Monster zu verkloppen. Vier. Da bin ich ziemlich gut. Es gibt keinen höheren Startwert als vier überhaupt. Ich werde niemanden verklappen. Nee. Du bist ja auch unsere Intelligenz-Best. Du kannst vor allen Dingen, du hast eine Sonderfähigkeit. Die ist ziemlich cool, dass wenn wir einen Zustand abbekommen, was unweigerlich passieren wird und da gibt es von Beinverletzungen bis hin zu Schizophrenie, alles, kannst du nachschauen, was auf der Rückseite steht, wenn die sozusagen ausgelöst wird und dadurch bekommst du einen zusätzlichen Hinweis. Das sind diese grünen Lupen und die sind auch eine Währung. Du kannst zum Beispiel, die kannst du sie so einfach einsetzen, um nochmal würfeln zu dürfen, also einen Würfel neu zu würfeln. Aber wir brauchen sie häufig auch als Währung fürs Mysterium. Da kommen wir noch dazu, wenn es weit ist. Und dann Willenskraft. Willenskraft ist notwendig, vor allen Dingen, um überhaupt erstmal in den Kampf zu kommen. Jedes Monster, dem wir begegnen werden, hat zwei Werte. Einmal eine Probe, die man ablegen muss, ob man Willenskraft verliert und dann eine Probe, ob man es vermöppen kann. Also bei den Leisten. Es gibt ja noch ein paar Sonderregeln für Einzelne, aber man muss sozusagen erstmal das Grauen überstehen, das Vieh zu sehen, bevor man überhaupt dann Hand anlegen darf. Und ihm den Kopf auf den Rücken zu drehen oder seine Tentakel zu verknoten. Also wir haben hier eine gute Bandbreite inzwischen an der Fuaske Monstern, weil wir ja auch zwei Erweiterungen hier mit drin haben. Einmal natürlich die Berge des Wahnsinns mit der Antarktis, aber es sind auch, wie heißt sie, Kinder der Schlange oder so? Auf jeden Fall die mit Jig und dem Herrn der Schlangen. Das heißt, wir haben auch noch viel mehr Begegnungs- und Ereigniskarten und so weiter und so fort. Entschuldigung. Ich fange einfach mal an. Ich sitze da in Shanghai und ich würde gerne ein Tor schließen oder Monster bekämpfen und dergleichen. Deswegen werde ich mich vor allen Dingen erstmal bewegen. Und man kann verschiedenste Aktionen machen. In der ersten Runde führt man Aktionen durch, dann macht man Begegnungen und dann ist der Mythos dran und haut uns in die Fresse. Und die Aktionen, die man durchführen kann, sind Reisen. Dann darf man sich ein Feld weit bewegen, egal wie es markiert ist. Die gelben Pünktchen sind Strecken, die noch nicht erkundet sind, da muss man zu Fuß hin. Die roten sind Zugstrecken und die weißen sind Seefahrt, Schiffstrecken. Ein Ticket kaufen, dann kann man entweder einen Zug oder ein Schiffsticket kaufen. Oh, schön vorsortiert. Aber auch nur in Städten, wo solche Strecken rausgehen, ja? Die Leute wünschen, dass ihr anfangen. Wir sollen anfangen? Ja, wir sind hier schon dabei. Ich erkläre nur gerade, was ich rein theoretisch machen kann. Und diese Tickets kann man aber nur mit einer Reisenaktion zusammen verwenden. Man kann sich ausruhen, wenn man sich erholen will, wenn man irgendwie Herzchen oder Hirne verloren hat. Man kann Fokus aufbauen, das ist eine Währung, um Würfel neu würfeln zu dürfen. Das ist relativ neu im Spiel. Was kann man noch? Und man kann auf Unterstützung würfeln. Und du kannst natürlich die Aktionen... Ich kann zum Beispiel Ausdauer gegen geistige Gesundheit tauschen, wie ich lustig bin. Ich mache was relativ langweiliges. Ich kaufe mir ein Schiffsticket. Du brauchst es mir aber gar nicht geben, weil ich direkt danach reise. Und zwar reise ich nach Indien und dann mit dem Schiffsticket direkt weiter nach Südafrika. Sehr schön. Und das war es schon? Das waren meine zwei Aktionen für diese Runde. Hat sich erledigt. Julia, dein Charakter sitzt mitten in Amerika. Mitten in Amerika, ja. Also entweder möchte ich in Richtung Arkham und tatsächlich versuche meine Zauber noch ein bisschen aufzustocken. Macht glaube ich auch Sinn, bevor wir uns irgendwas stellen. Wo ich irgendwo sonst hinabhaue. Weil ich habe zum Beispiel, ich weiß, ich muss irgendwo Wissen oder Willenskraft, sollte ich ein bisschen steigern, sonst bin ich ruckzuck. Gaga. Das heißt, du solltest nach Arkham gehen? Das wäre eine Bewegen-Aktion und dann kannst du zum Beispiel schauen, ob du dir Unterstützung besorgst oder ein Ticket kaufen schon mal als Vorbereitung. Also Moment, ich muss mich jetzt auch gleich mal outen, dass ich hier wahrscheinlich der unerfahrenste Spieler bin und wahrscheinlich die blödesten Fragen stellen werde. Das ist vollkommen in Ordnung, es gibt keine blöden Fragen. Naja, es gibt schon blöden Fragen, natürlich. Also Zuschauer, die ich nicht besonders gut kenne, haben ein Sprachrohr. Genau. Das heißt, ich muss jetzt schon vorher ein Ticket kaufen oder kann ich einfach hier hinlatschen? Du kannst einfach nach Arkham und da könntest du jetzt ein Ticket und in deinem nächsten Zug kannst du das dann einlösen und dann zwei Felder dreißen. Jetzt musst du mir nur sagen, willst du ein Zugticket oder willst du ein Schiffsticket? Ah, ich verstehe. Also wenn wir in Richtung Buenos Aires gehen, wäre es ein Schiffsticket am schnellsten. Dann gebe ich dir das. Das war deine Aktion. Das war meine Aktion. Noch passiert nicht so viel, noch sind auch nicht alle Tore offen. Das ganze Grauen beginnt gerade erst. Zwei Fragen von den Zuschauern. Proper van der Oel fragt, wie man seine Werte steigern kann. Und Anselm fragt, wo der Expeditionsmarker liegt. Der Expeditionsmarker Anselm liegt in der Antarktis. Das haben wir sogar schon erwähnt. Und seine Werte verbessert man entweder in San Francisco, in Rom und Shanghai. Ich glaube, es gibt auch in der Antarktis-Orte dafür. Und es gibt auch einen Zauber, mit dem man den verbessern kann. Mal schauen, ob einer von uns den im Spiel überhaupt bekommt. Das wird dann allerdings abgehandelt, wenn man in der Begegnungsphase, wenn man die Begegnung überlebt und übersteht, dann und sich an einem dieser Orte befindet. Ja, und ich reise einmal und ich würde meine Aktion nutzen und eine beliebige Unterstützung mit dem Wert von 1 aus der Reserve nehmen und mir die Laterne schnappen. Nicht das frische Obst. Nein, die Laterne, weil die erlaubt es mir, einmal pro Runde einen Würfel zusätzlich zu nehmen. Ah, und neu jetzt ist der Medizinmann, der kann einen Fluch entfernen. Fluch ist der ätzendste Zustand im ganzen Spiel. Wenn wir nämlich jetzt gleich würfeln werden, dann würfeln wir mit B6 und eine 5 oder 6 ist ein Erfolg. Also ich hätte jetzt einen Erfolg. Und beim Fluch ist nur noch die 6 ein Erfolg. Das ist ziemlich kacke. Genau. So, das waren alle unsere Aktionen. Jetzt kommen die Begegnungen. Genau. Ich kriege eine ganz normale Stadtbegegnung. Steff, darf ich dich bitten? Ja, natürlich. Eine ganz normale Stadtbegegnung. Du beweist Zivilcourage und hilfst einem unschuldigen Passanten gegen eine Schlägerbande. Natürlich. Eine Stärkeprobe minus 1. Eine Stärkeprobe minus 1. Jawohl. Das Minus bedeutet, dass du ein Würfel weniger würfelst. Genau. Aber ich bin ziemlich stark. Hab zwei Erfolge. Okay. Bei Erfolg kommt dir das Opfer bekannt vor. Du hältst eine besondere Unterstützung mit Eigenschaft Charakter. Eine besondere Unterstützung? Das ist noch ein weiterer Stapel. Ja, als hätte man nicht Auftrag, Auftrag, Charakter. Und das war es auch vorhin. Ein Misserfolg hast du ja nicht gehabt. Ich bekomme eine Anna Tilton. Sobald ich diese Karte zum Stapel erhalte, verbessert sich mein Wissen. Und weil ich so geil bin, kann ich den gleich umdrehen. Das ist das Lila, ne? Lila Büchner, Entschuldigung. Und ich gebe dir die Begegnungskarte. Hier kommt es wieder dahinter. Diese Karten sind so aufgeteilt, dass auf den hier, das sind die ganz normalen Begegnungen, an keinen besonderen Orten, dass man einmal Stadt, einmal Wildnis, einmal auf dem Meer hat. Dadurch wird halt noch mehr durchgemischt. Das heißt, selbst wenn man den Stapel am Ende des Spiels durch hat, ist es relativ wahrscheinlich, dass man nicht nochmal dieselbe bekommt, weil man sich am anderen Ort befindet. Ich steigere Wissen jetzt also direkt auf 4, weil meine Fähigkeit ist, wenn ich eine Fertigkeit verbessere, darf ich es direkt nochmal machen. Man darf aber maximal plus 2 bekommen. Wenn Ermittler auf deinem Feld bei Forschungsbegegnungen Proben ablegen, erhalten sie einen Bonuswürfel. Anna Tilton ist super. Die behalte ich. Die kommt jetzt einfach mit als dein Zeitpunkt. Genau, die ist jetzt dabei. So, jetzt kriegt Julia in Arkham eine Begegnung. Mal gucken, ob du einen Zauberspruch kriegst. Weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Arkham. Das ist natürlich jetzt eine besondere Karte. Im Verwaltungsgebäude der Miskatonic-Universität berichtest du dem leitenden Bibliothekhafen deinen Erlebnissen. Ein Fluss minus eins, das heißt nur ein Würfel. Ein Erfolg. Er willigt ein, dir zu helfen. Du erhältst die besondere Unterstützung. Professor Armitage. Oh, super. Bissere Unterstützung hast du, glaube ich. Habe ich, genau. Das heißt, jetzt sind wir schon zu fünft. Wo ist er denn? Toll. Dr. Hiram Appham, Professor Armitage. Was kann er denn? Der ist ein Zauber, sobald du ihn aus dieser Stapel hältst. Dimensionsportal, lad oben auf. Und einmal pro Runde kann ich beim Abhandeln einer Wissensprobe für einen Zauber-Effekt einen Erfolg zum Ergebnis der Probe hinzufügen. Das ist perfekt. Damit ist dein Charakter jetzt schon super ausgestattet. Wahnsinn. Dimensionsportal ist auch sehr praktisch. Da kann ich eine Wissensprobe ablegen und bei Erfolg darf sich ein Ermittler meiner Wahl auf ein beliebiges Feld bewegen. Nice. Und dadurch, dass du automatisch einen Erfolg hast, sozusagen durch den Professor, kannst du die Zauber nicht verlieren, weil auf der Rückseite ist dann auch so eine Auflistung, wenn du keinen Erfolg hast. Meistens verlierst du den Zauber oder was anderes Schlimmes passiert. Perfekt. Nice, nice. Und du bist in der Stadt. Eine Gruppe von Trickbetrügern hatte ich als Opfer außer Choren, doch du beschließt, den Spieß umzudrehen und die Betrüger selbst hereinzulegen. Wahrnehmung minus eins. Wahrnehmung? Bist du ja nicht so gut drin? Nee, ich hab nur einen Würfel, aber ich benutze meine imaginäre Laterne, da hören unsere Props schon auf. Daher krieg ich trotzdem zwei Würfel. Moment, Moment. Da hören unsere Props nicht auf. Oh. Warte bitte kurz. Okay, dann würfel ich erst, wenn ich die... Ah. Ich kenn jetzt leider, ich muss mich jetzt outen, ich kenn jetzt den Green Lantern Spruch nicht. In finsterster Nacht, oder wie war das? Naja. Im hellsten Tag bei finsterster Nacht. Ein Erfolg. Hey, die Laterne hat mir Glück gebracht. Du gewinnst Geld und einen verwegenden Ruf. Dein Einfluss verbessert sich. Das heißt, du kannst dir da jetzt einen Marker drauflegen. Jawohl, jetzt hab ich Einfluss 4. Und das lief jetzt echt gut für uns. Ja. Damit ist es jetzt aber auch vorbei, denn jetzt kommen wir in Phase 3 dieser Runde, in die Mythos-Phase. Jetzt bewegt sich der Vorzeichenmarker weiter auf Blau. Wir haben ein blaues Tor offen. Das heißt, dass wir hier auch Unheil bekommen. Dann gibt es die Monsterschwämme. Aus allen Toren mit der passenden Farbe, also Blau, was immer noch nur eines ist, kommen, und das sagt diese Karte an, zwei Monster raus, die jetzt natürlich gezogen werden. Es sind zwei Kultisten. Oh. Die hocken da aufeinander und verehren dunkle Götter. Das Coole bei den Kultisten ist, man kann am Anfang versuchen, sie zu bekehren und bekommt dann Begleiter. Bei den großen Alten, ja. Die haben für jeden großen Alten andere Fähigkeiten. In Lakes Lager erscheint ein Hinweis. Cthulhu versucht sie für sich zu bekehren. Lakes Lager. Und in Kalkutta, glaube ich, ist das, erscheint auch einer. Unerwarteter Verrat, heißt die Karte. Jetzt passiert nämlich noch mehr. Nach wochenlangen Auseinandersetzungen mit uralten Monströsen-Kreaturen, so wie dir, warst du auf etwas so kaltherziges und persönliches wie den Verrat eines engen Mitarbeiters nicht gefasst. Eine Lüge kann so zerstörerisch sein wie ein Hexenfluch. Jeder Ermittler mit mindestens einer Unterstützung mit Eigenschaft Verbündeter verliert drei Ausdauer und muss eine Unterstützung mit Eigenschaft Verbündeter ablegen. Ich verliere drei Ausdauer und lege Anna Tilton wieder ab, weil die Sau mir in den Rücken gefallen ist. Das war... Jeder Ermittler... Jeder Ermittler mit einer Verbündeter verliert drei Ausdauer. Du bist tot! Wie? Nee, ich bin doch nicht tot! Gott sei Dank! Knapp! Da werde ich hier hinterrücksvoll... Und Professor Armitic verschwindet jetzt auch? Ja, Professor Armitic geht Hand in Hand mit Tildas Winden lachend in den Sonnenuntergang des Verderbens. Was lernt ihr draus? Verlasst euch auf eure Laternen und eure Donnerbüchse und dann... Scheiß-Provisoren und scheiß-Miskatonic-Universität. Ja, so schnell wie wir also diese Vorteile bekommen haben, sind sie wieder weg. Ich verstehe jetzt, was du meinst mit... Ja. Gut, aber dann... Neue Runde! Ha! Ich mache dasselbe wie letzte Runde, also ich kaufe ein Ticket und dann bewege ich mich, denn ich möchte dieses Tor hier schließen. Das heißt, ich werde jetzt gleich Monster verletten. Übrigens, falls irgendwann mal jemand Hinweismarker braucht, eine meiner Aktionen ist, dass ich beliebig viele Hinweise mit jemand anderem tauschen kann, egal wo sie stehen. Und du gewinnst sie, wenn du Zustände bekommen. Genau. Ich kann hier so sammeln und dann so... Hinweismarker. Was möchtest du machen? Hm, kann ich das gleiche nochmal probieren? Mit dem... Mach ein Zauber dann? Klar, du kannst verplanen. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich mich heilen würde, weil wenn nämlich irgendwas aus Nächstes passiert, bin ich tot. Das wäre ein bisschen traurig. Du rufst dich also aus und kriegst einmal Ausdauer zurück. Deine Geistelüse-Sundheit ist noch voll. Zweite Aktion. Könntest du zum Beispiel Fokus aufbauen oder auf die Reserve würfeln, ob du irgendwas bekommst davon. Was genau kann man mit dem Fokus machen, Mairi? Fokus, davon kann man bis zu zwei durch diese Aktion Fokus aufbauen, aufbauen. Die lagert man da und die kann man verwenden, um einen Würfel nochmal zu würfeln. Auch die kannst du dafür verwenden, aber die haben noch andere Funktionen, wie zum Beispiel, dass du sie ablegen musst, um bestimmte Fähigkeiten auszulösen. Und der Fokus ist wirklich nur dafür da. Das ist etwas, was auch mit dieser Erweiterung dazukam, um das Spiel noch ein bisschen nachzubalancen. Dann mache ich das nochmal mit dem Fokus. Das klingt ganz spannend. Dann gibt dir Steff, der den Fokus verwaltet, einen Fokus machen. Aha, sehr gut. Steff, was möchtest du tun? Ich reise nach San Francisco. Ich habe gehört, da soll es wunderbar um diese Jahreszeit sein. Und ich würde auch Fokus aufbauen. Wer weiß, für was man es brauchen kann. Es wird nochmal gefragt, gegen welchen großen Alten die eigentlich gerade antreten. Wir treten an, nicht per se gegen einen großen Alten, wir treten an gegen die Invasion der älteren Wesen. Also in der Antarktis hat die Miskatonic Universität mit ihrer Ausgrabung Monster aufgeweckt, die wiederum von etwas noch Fieserem unter der Erde hervorgetrieben werden. Und mit denen legen wir uns an. Und ihren Scherben und Schockoten und was weiß ich noch alles in der Antarktis auf uns wartet. Sehr gut. So, dann sind wir durch. Dann kommt wieder die Begegnungsphase. Ja, ich muss jetzt gegen Wunder kämpfen. Ja, genau. Und ich drehe die um sozusagen, um gegen sie zu kämpfen und ich kann mich entscheiden, in welche Reihenfolge ich sie angehen will. Und ich denke, ich werde erstmal die Kultisten vernichten. Und die haben, je nachdem, welche Karte das ist, also welches Übel es ist, unterschiedliche Werte. Ich würfel eine Wissensprobe minus eins, das heißt drei. Ich habe sie verbessert. Normalerweise würfelt man bei Monster erstmal auf geistige Gesundheit. Aber ich würfel jetzt auf Wissen, denn man kann die überreden. Das ist das Einmalige an den Kultisten bei der Invasion der älteren Wesen. Wenn ich Erfolg habe, bekomme ich den als Helfer. Und ich habe zwei Erfolge erwürfelt. Das heißt, ich darf mir eine zufällige Unterstützung mit der Eigenschaft verbündet aus dem Stapel nehmen. Steff, magst du mir eine raus? Nein, zufälligen. Ich gucke gerade. Damit ist schon ein Kultist weg. Agentin des Syndikats. Agentin des Syndikats. Bei Kampfbegegnungen erhältst du plus zwei Stärke. Die nehme ich doch mal. Dann mache ich dasselbe nochmal mit dem nächsten Kultisten. Und ich habe wieder einen Erfolg. Das heißt, ich kriege noch einen Verbündeten. BAM! Die geheimnisvolle Kopfgeldjägerin. Bei Kampfbegegnungen erhältst du plus eins. Ich darf aber immer nur einen von diesen plus so und so viele Werten pro Probe verwenden. Aber sie gibt mir auch bei Zauber-Effekten einen Bonus. Das ist natürlich ziemlich cool. Wenn die zwei uns treffen, könnten wir sie austauschen. Das wäre dann deine perfekte Unterstützung. Ja, das wäre super. So. Jetzt geht es an den hetzenden Schrecken. Und mit Willenskraft minus eins muss ich würfeln. Ja, dann... Kein Erfolg. Das heißt, ich verliere drei geistige Gesundheit. Aua. Und jetzt geht es aber an den eigentlichen Kampf. Ich habe da normalerweise vier. Und dann kommen noch zwei von meiner Agentin des Syndikats dazu. Ein Erfolg. Dank ihr darf ich den Wurf eines Würfels wiederholen und ich darf generell einen Würfel wiederholen. Jetzt sind schon drei Erfolge. Ich bekomme keinen Schaden und der hetzende Schrecken ist tot. Hey! Das heißt, jetzt kann ich nach diesen Kampfbegegnungen auch noch in dieses Tor gehen und ich würde jetzt einen von euch bitten, mir die Karte vorzulesen. Weil man soll ja selber nicht wissen, was da passiert und was da steht. Du stößt auf eine übel riechende Kreatur mit Flügeln und Schwimmhäuten. Das Wesen ist so bizarr, dass es dir wie eine Traumgestalt vorkommt. Du kannst einen Hinweis ausgeben, um den Erfolgeffekt auszuführen. Ich habe keinen Hinweis. Dann gehst du auf das Roten Rast. Leider kein Hinweis. Ich kann jetzt auch nicht einspringen. Das geht nur... Nee. Ich hätte vorher einen Hinweis besorgen sollen. Das Wesen ist furchterregend, aber wenn du dich zusammenreißt, kannst du es bezwingen. Probe auf Willenskraft, wenn ich das richtig sehe. Willenskraft? Gut. Ein Erfolg. Bei Erfolg zähnst du die Kreatur und fliegst auf ihrem Rücken gehen Heimat. Episch. Das Tor wird geschlossen. Und damit kommt es auf unser Mysterium. Wir müssen hier geschlossene Tore sammeln. Cool. Und du reitest auf einem Schwimmhäuten und flügelbehäuteten Wesen zurück in die Heimat. Wahnsinn. Bam. Da bist du der Hit in jeder Disco. Ja. So, mach das mal nach. Cool. Garantiert nicht. Das war meine Begegnung. Dann... Juni sitzt immer noch in Arkham. Eines der Buntglasfenster in der Südkirche zeigt ein Engel, der eine Schriftrolle mit merkwürdigen Runen in der Hand hält. Irgendwie kommen sie dir bekannt vor. Wissensprobe. Das ist doch dein Metier. Ja. Perfekt. Vier Wissen. Der wird schon mal. Kein Erfolg. Mist. Du hast auch nichts, was dir dabei hilft. Verdammt. Ja, das ist nur bei Ausdauer und... Nein, das geht nicht. Du kannst die Runen nicht deuten, doch auf den zweiten Blick wird das Gesicht des Engels irgendwie unmenschlich. Du verlierst zwei geistige Gesundheit. Ah, verdammt. Du erschreckst dich wirklich sehr vor diesem Buntglasfenster. Na gut, zumindest kannst du das am besten von uns allen wegstecken. Das stimmt, ja. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen von der Deutschstuße, aber geistig bin ich noch total da. Der Mann für alle Fälle ist in San Francisco. In den Archiven der Tlax-Kalaminen-Gesellschaft findest du Berichte über einen Mann, der sich angeblich über große Distanzen teleportieren konnte. Die Geschichte klingt absurd, fühlt sich stellenweise aber vertraut an. Du kannst zwei geistige Gesundheit ausgeben, um dich auf ein Feld deiner Wahl zu bewegen. Boah. Du hast gar nicht so viel geistige Gesundheit, ne? Dann hätte ich nur noch zwei. Das heißt, bei einem Kampf du bleibst, wo du bist. Ich bleib am besten, wo ich bin, ja. Und damit ist der Mythos dran. Es erscheinen zwei Hinweise und zwar auf Feld 16, nee, 18, das ist hier mitten im Ozean und 14, das ist in Finnland. Finnland irgendwo. Ich glaube noch in Finnland, ne? Ja. Verblassen. Eine finstere Magie hält dich in ihrem Bann. Deine Freunde ignorieren dich und tun so, als seist du nicht einmal im Raum. Wenn es so weitergeht, wirst du bald völlig unsichtbar sein. Das ist ein Gerücht. Das ist eine dauerhafte Karte, die schlimme Dinge macht, jedes Mal, wenn sie aktiviert wird. Yay. Ein Ermittler auf Feld 16, da kommt dann unser Gerüchtemarker hin. Wo haben wir denn die Gerüchtemarker? Da oben. Ähm, Feld 16 ist da oben. Mitten in Russland. Will auch keiner hin. Kann als Begegnung über ähnliche Vorkommnisse in der Vergangenheit recherchieren. Das ist dann eine Wahrnehmungsprobe. Da werden wir also dann diesen Wert brauchen. Bei Erfolg stößt er auf ein russisches Märchen und kann Hinweise, halb so viele Hinweise wie wir sind, also wieder zwei, ausgeben, um das Gerücht aufzuklären. Jetzt kommen hier vier Marker drauf und jedes Mal, wenn ein sogenannter Racheffekt ausgelöst wird, das ist auch etwas, was auf den Mythoskarten drauf ist, als etwas, was ausgelöst werden kann. Haha. Wenn du so lachst, bedeutet das nie was Gutes. Ja. Jedes Mal, wenn das ausgelöst wird, werden aus dem Unterstützungsstapel, alle Unterstützungen mit demselben Wert oder höher, wie hier noch Marker drauflegen, rausgenommen. Das letzte Mal, als wir das gespielt hatten und dieses Gerücht hatten, hatten wir hinterher nichts mehr in diesem Stapel, weil wir es bis einsam runterticken lassen. Das sollten wir nicht tun. Das ist kacke, Leute. Also ist das jetzt eine der höchsten Prioritäten, möchte ich brauchen. Okay, in Ordnung. Auf nach Russland. So, dementsprechend... Was ist denn der schnellste Weg nach Russland? Also ich werde über San Francisco nach Tokio versuchen. Ich kann hier mit dem Schiff rüber. Ja. Okay, ihr zwei versucht das. Ja. Das ist noch schnell da für mich, ja. Gut, dann würde ich mich nämlich ausruhen. Ich brauche dringend wieder Punkte. Ich habe jetzt im Kampf geistige Gesundheit verloren und davor Ausdauer, weil mir diese blöde Frau einen Dolch in den Rücken gerammt hat. Und als zweite Aktion gehe ich in den Amazonas und schaue mir mal da diesen Hinweis an. Gut. Das ist glaube ich das erste Mal seit langem in diesem Spiel, dass ich sehe, dass kein Tor offen ist. Mhm. Krass. Ich habe nur Würfel weggeworfen. Aber es war kein... Ich bin der ungeschälteste Mensch in diesem Raum. Was genau musst du machen, um dir den Hinweis anzuschauen? Das gibt dann eine Hinweisbegegnung. Ah ja, okay. Die auf unseren Gegner zugeschnitten ist. Das heißt, ich könnte mich jetzt auch wieder ausruhen und dann nach London fahren. Mhm. Richtig. Okay, dann hätte ich gerne nochmal ein Herz hinzulock. Dann tauschen wir diese zwei gegen einen Dreier. Gut vorbereitet. Und du kriegst auch eine geistige Gesundheit. Die hast du in der Ehe nicht gekriegt, weil du voll warst. Und dann geht es nach London. Ich möchte darauf hinweisen, dass mein Charakter nicht betrogen ist. Warum ist das wichtig? Weil du gesagt hast, dass ich voll war. Ach so. Ja. Ich entschuldige mich. Obwohl ich... Du gehst nach London auf deine Fainting Couch. Das Bild von dem Charakter ist total. Ja. Ja, obwohl ich gerne meine Wahrnehmung verbessert hätte, in San Francisco sehe ich die Trinklichkeit ein. Ich kaufe mir ein Schiffsticket und gebe es auch gleich wieder aus, um nach Tokio zu kommen. Und das war es von mir auch schon. Der Lilla Tentagel kann mal gucken, ob es hier irgendwas zu trinken gibt. Weil ich habe nichts in Reichweite. Wir haben Wasser, wir haben Cola und wir haben Grün-Tee. Ich würde das zuckerhaltige Koffeingetrink nehmen. Danke. Allerdings keine Kasachstan-Cola. Nein, Kasachstan-Cola ist beste Cola. Ich sehe das ein bisschen wie Nico. Dass das die Erinnerung verklärt ist. Also sie war... Es ist meistens besser, wenn man das verklären lässt. Ja, sie war es. Darf ich ja auch gleich wieder nachschinken. Oh ja, das wäre es ja nicht viel. Ich darf nicht trinken, das hört man viel zu laut auf meinem Mikro. Wo bist du denn? In Amazonas? Ich kriege eine Begegnung. Eine Wildnisbegegnung? Aha. Ich bin in der Wildnis. Das sind jetzt die, die für diese Untersuchungsmarker gedacht sind. Die sind eben auch auf den Gegner zugeschnitten. Mitten im Amazonas triffst du auf einen Mann, der in Ketten durch die Wildnis ehrt. Und du versuchst, ihn zu befreien. Ein Stärke minus eins. Eine Bogen, meine ich. Ja. Das gilt alles nur für Kampfbegegnungen. Aber? Ein Erfolg. Er berichtete von einem Lager der älteren Wesen und führt dich dorthin. Du hältst diesen Hinweis und eine zufällige Unterstützung mit Eigenschaft Verbündeter. Hey. Dann pack das weg und ich... Ich sammle Verbündete. Weißt du, diese Frau zieht halt durch die Welt relativ wortlos, haut Böse ins Gesicht und nimmt dann die Leute mit, die sie befreit hat. Ich stelle mir auch vor, dass sie zu den Kultisten geht und sagt, du... Eine Meisterdiebin. Der Mann war eine verkleidete Frau. Und du hast jetzt nun drei Ladies mit dir, so Charlies Angels. Ja, irgendwie... Genau, das sind alles, alles, alles Ladies. Du hast recht. Eine Kopfgeldjägerin und eine Meisterdiebin. Das ist echt cool. Die Meisterdiebin hat die Fähigkeit, dass ich als Aktion, also eine von den beiden Sachen, die ich in der Aktionsphase machen kann, würfeln kann und bei einer 5 oder 6 kriege ich einen Gegenstand oder etwas, was mit klein markiert ist. Da sind immer Begriffe drauf, auch auf den Karten aus der Reserve. Aber wenn ich eine 1 würfel, dann verlässt mich die Meisterdiebin, weil sie, keine Ahnung, endlich den großen Diamanten bekommen hat und mich nicht mehr braucht. Ich habe gerade nichts mit klein markiert, glaube ich. Und Julia bekommt eine London dagegen. Der Gegend. London. Das ist immer schön. Ja. Im Reptilienhaus des Zoos hilfst du beim Wiedereinfangen einer entlaufenen Schlange. Stärke minus 1. Entlaufene Schlange. Entlaufen? Natürlich helfe ich dabei. Entkochen wäre das. Ja, eine entkrochene Schlange. Du nimmst Stärke minus 1. Das wäre 0, aber du kannst nie 0 haben. Das heißt, du hast immer mindestens einen Würfel. Ich habe nichts mehr. Ich habe nur für Wissen. Nein. also versuch mal, die Schlange anzufangen. Wie bin ich auf die blöde Idee gekommen, bei sowas zu helfen? Mist. Mein Würfel Glück ist weg. Tja. Die Schlange beißt dich und verschwindet und erhältst den Zustand vergiftet. Nein. Jetzt haben wir endlich einen Zustand. Habe ich da nicht irgendwie das vorhersehen können mit meinen Mediumsfähigkeiten? Du warst so damit beschäftigt, die Krieg der Schlange zu verfolgen. Die Zukunft ist im Wandel. Warte, wenn ein anderer Ermittler, das heißt, du kannst hinter deiner eigenen Karte kannst du nicht schauen und dadurch einen Hinweis bekommen. Das ist doch mies. Vergiftet. Sobald du dich ausruhst, kannst du weder Ausdauer noch geistige Gesundheit regenerieren und diese Karte wird umgedreht. Na toll. Und jedes Mal, wenn ein Rache-Effekt, also das ist eins von den Kartensymbolen, das wir jetzt gleich ziehen könnten, ausgelöst wird, verlierst du eine Ausdauer. Kack Schlange. Okay, ja. Scheiß Schlange. Tut mir leid. Was gehst du auch in den Zoo als Medium? Ich weiß auch, ich habe das Gefühl, ich ruhe mich die ganze Zeit nur aus. Ich habe gehört, ein Lander Zoo soll ziemlich toll sein. Ich gehe da nicht mehr hin. Also die Schlangen. Jetzt nicht mehr. Ja, ja. Die Schlangen da, die sind in sich. So. Und ich bin in Tokio. Tokio. Eine lila Karte für dich. Godzilla. Japanische Wissenschaftler haben einen Pakt mit den Migo geschlossen. Mhm. Das ist so ähnlich. Wer sonst? Du brichst in ihr Labor ein. Wahrnehmung. Okay. Ich benutze natürlich meine Superlaterne und habe eine Büro zusätzlich und habe einen Erfolg. Du erfindest ein Fuggerät, mit dem man Monster kontrollieren kann. Lege ein Monster deiner Wahl mit Widerstand drei oder weniger von einem beliebigen Feld ab. Was hat denn, dreh mal den um, was hat der denn? Vier. Shit. Also hat es mal gar nichts gebracht. Ja, wir haben kein, also irgendwie habe ich gar kein Glück mit meinem Begleiten. Aber immerhin hast du ein Gerät gefunden. Ja. Ja, super. Immer hast du eine Lampe. Ja, ich habe eine Lampe. Ja. Okay, na gut, aber übrigens ist auch nichts Schlimmes passiert. Das kann man ja noch dazu sagen. Ja, schön, wenn man das Gerät auch noch anders verändern kann. Es ist aber wunderbar trashig, dass du da in Tokio dieses Labor einbrichst und die Fernsteuerung bekommst, um Monster zu steuern. Ich finde das cool. Ne, Monster-Fan. Damit sind wir durch, ne? Da kriegen wir deine Mythos-Karte. Ich fühle mich sehr unvorbereitet. Der Vorzeichenmarker rückt weiter. Wir haben aber gerade kein Tor, das wir damit auslösen können. Dann werden Racheffekte ausgelöst. Ist das nicht super? Moment, es gibt dafür eine Reihenfolge, in der wir das zu machen haben. Racheffekte. Monster auf dem Spielplan. Der hat doch sicher einen Racheffekt, der trugende. Kurz gucken. Racheffekt. Dieses Monster regeneriert zwei Ausdauer. Anschnellen verliebt jeder Mittler auf diesem Feld und allen angrenzenden Feldern eine geistige Gesundheit. Okay, das geht ja noch. In der Antarktis ist er ein bisschen allein, da passiert nicht viel. Der Bogen des großen Alten, da ist kein Racheffekt drauf vermerkt. Immerhin. Mythos-Karten im Spiel. Also, du kannst jetzt alle mit dem Wert 4 da raussuchen und entfernen. Ah, hier liegt keine? Ja. Okay. Und dann Zustände, die wir haben. Hattest du nicht? Du bist vergiftet. Ja, ich bin vergiftet. Ich verliere einen Ausdauer, weil ich vergiftet bin. Ja. Ich lasse. Noch lebst du. Nicht mehr lange. Ruhe dich mal wieder aus. Muss ich sowieso. Ich lege mich einfach in London auf meine Fähnchen-Couch. Und dann geht ein Tor auf. Und zwar auf dem Plateau von Lang. Und rauskommt, ich ziehe blühend ein Monster. Rauskommt, ein Cephonier. Aber der hat einen Effekt, der eintritt, wenn er erscheint. Das ist ein grünes Symbol da drauf. Und wenn dieses Monster erscheint, bewegt es sich ins Herz Afrikas. Dem ist es zu kalt in der Antarktis. Deswegen geht er einfach mal woanders hin. Und das ist eine positive Karte. Es gibt nämlich auch positive Karten. Ja, dann glaubst du nicht. Aber der letzte Effekt ist positiv. Ein gutes Omen. Du wirfst eine Münze in einen merkwürdigen Automaten, hebt eine mechanische Hand und dreht eine Karte um, auf der geschrieben steht, das Glück ist auf deiner Seite. Der Ermittlungsleiter kann den Vorzeichenmarker auf ein beliebiges Feld der Vorzeichenleiste bewegen, ohne dabei den Verderbensmarker weiterzurücken. Dann sollten wir ihn so legen, dass Rot möglichst weit weg ist. Eigentlich ist er dann da, wo er jetzt liegt am besten, weil er jetzt nochmal einen ganzen Kreis... Richtig, richtig. Also bleibt er da, wo er ist. Aber wir hätten voll eine gute Chance gehabt. Wir haben alle Unterstützungen mit dem Wert 4 verloren. Und jetzt kommt hier ein Marker runter. Das nächste Mal, wenn das aktiviert wird, verlieren wir alle mit Wert 3. Also sammelt hier Hinweise. Wir brauchen zwei Hinweise, um das zu machen. Um das hier loszuwerden. Um das da loszuwerden, genau. Ihr müsst da hingehen und dann zwei Hinweise rausgeben. Guck mal, da legt einer auf den Weg. Warte, kannst du nämlich beliebige viele Hinweise mit einem anderen Ermittlant tauschen, egal auf welchem Feld sie steht. Das heißt, du kannst einfach einen von mir bekommen, zum Beispiel. Ah, das ist clever. Oder je nachdem, wer als erstes... Ich glaube, du bist fast ein bisschen schneller da, als ich. Ja, wobei... und ein bisschen Tore schließe. Dann auf nach Buenos Aires. Das heißt, ich gehe nach Buenos Aires zurück und dann ruhe ich mich dort aus. Gut. Ich weiß, es ist nicht so spannend, was ich hier tue. Julia, machen wir was Spannendes. Komm. Also erst mal ruhe ich mich aus. Einfach... Ja, damit du überleben kannst. Damit ich überhaupt noch weiterkomme, nächste Runde, genau. Und sobald ich die Aktion ausführe, darf ich nichts regenerieren. Ach so, du regenerierst gar nichts, weil du vergiftet bist. Ich muss nicht erst mal das hier loswerden, sonst wird das nämlich mit der Zeit immer schlimmer. Dann wird die Karte umgedreht. Magische Krankheit. Dein Blut glüht und lässt deine Adern hell aufleuchten. Was dich plagt, ist keine normale Blutvergiftung, sondern etwas weitaus gefährlicheres. Wissensprobe. Ja, das sieht ja bei dir recht gut aus. Nee, das ist immer noch nicht so. Erfolge. Zwei Erfolge sogar, wenn es... Ja, bei Erfolg wird diese Karte abgelegt. Bei Misserfolg frisst sich die Krankheit weiter durch deinen Geist. Jetzt bin ich erleichtert. Sehr gut, dann bin ich schon mal nicht mehr vergiftet. Nimm das, blöde Schlange. Der Zustand kommt zurück unter der Stapel. Die Pizza? So bleibt sie. Als zweite Aktion reise ich dann mal weiter Richtung Russland. Also nach Rom. Über Rom. Das macht sicherlich irgendwie Sinn, dass du ins Mittelmeer fährst, um dann von dort aus Russland weiterzureisen. Irgendwie. Ich finde, die Seelsverbindung von London nach Rom geht auch irgendwie durch die Pyrenäen schwierig. Also da könnte ich zum Beispiel in der nächsten Runde auch noch Willenskraft verbessern. Mhm, das wäre nicht schlecht. Steff, was macht der Mann für alle Fälle? Der Mann für alle Fälle reist schon mal nach Shanghai. Und mit der zweiten Aktion würde ich jetzt versuchen, noch was aus der Reserve abzustauben, bevor es in 5-2 weg ist. Gute Idee. Und ich habe einen Erfolg. Frisches Obst oder Appell an die Regierung? Ich habe keine Hinweismarke. Frisches Obst ist gut zum Regenerieren. Ja, dann nehme ich mal das frische Obst. Und... Gehst du in Shanghai auf den Nachtmarkt? Die Pizza! So, genau. Um frisches Obst zu kaufen. Was man nicht alles macht. So, dann haben wir jetzt wieder die Begegnungsphase, oder? Nee, ich brauche dich doch bestimmt nur mit dem Komponieren. Ich bin mir ja weggerannt. Okay. Jetzt wird es schwierig, weil ich auch noch das Mikro an mir dran habe. Und ihr könnt jetzt... Ja, ihr könnt jetzt alles Ereignisse von mir mithören, weil ich mit dem Mikro durch die Gegend lassen will. Das ist jetzt live. Das ist jetzt live.